ja ich grüße euch hier auf techtracks.de zu einem neuen video und ich grüße euch zu einem neuen tech tipps video hier auf meinem kanal und ich heiße euch willkommen zu meinem persönlichen bild einstellungs video für den samsung qn 95b mini led tv ja bevor wir jetzt hier wird in dieses video reinsteigen sollten wir auf jeden fall darauf achten dass ihr dieses video hier komplett schaut beziehungsweise die einzelnen kapitel euch von anfang bis ende anschaut und nicht wild durchklickt und die werte einfach übernimmt denn ich sage in diesen einzelnen kapitel nämlich so einige dinge die wichtig sind so dass ihr nachvollziehen könnt warum habe ich diese bild einstellung jetzt hier so vorgenommen und vor allem sehr wichtig ist dass ihr die kapitel hier euch anschaut in diesem video die vor allem mit einem wichtig markiert sind denn da gebe ich vor allem sehr wichtige vorab informationen die ihr wissen müsst um überhaupt die einzelnen bild einstellungen vornehmen zu können denn da gibt es so einige fallstrecke also nehmt euch vor allem jetzt die zeit ich weiß das video wird für ein bisschen länger sein dass ihr euch die einzelnen kapitel hier anschaut so dass ihr dann auf jeden fall die korrekten einstellungen vor nehmt ja dann solltet ihr wissen dass dieses video hier das einzige bild einstellungs video zum qn 95b auf meinem kanal sein wird das hat folgen im hintergrund ähnlich wie beim s 95b war es hier nicht möglich mit dem qn 95b dieses klassische bild einstellungs video nach meinem persönlichen sehempfinden zu erstellen und ein bild einstellungs video nach der norm also nach der filmmaker norm natürlich hätte ich das gemacht können aber ich sag mal so ich habe es probiert und ich war mit dem ergebnis nicht zufrieden und wenn ich mit dem ergebnis nicht zufrieden bin veröffentlich das natürlich auch nicht auf meinem kanal dementsprechend habe ich jetzt wie beim s 95b gemacht und habe mich hingesetzt und habe eine mischung aus meinem persönlichen sehempfinden mit der filmmaker norm und einer nachkalibrierung mit meinem sensor so dass ich dann aus dem qn 95b dieses neutrale filmmaker mode bild herausholen konnte das was die filmmaker norm auch so dementsprechend vorsieht dass ihr das auf jeden fall wisst also dass hier dieses video hier ist mein persönliches bild einstellungs video nach meinem persönlichen sehempfinden effektiv nur etwas nachkalibriert und die filmmaker norm hinzugefügt das heißt diese bild einstellung könnt ihr mal ausprobieren könnt mal gucken ob sie euch gefallen wenn sie euch nicht gefallen ist dies kein breinbruch aber ich denke mal ausprobieren lohnt sich auf jeden fall ja ansonsten würde ich sagen legen wir los ihr gebt dem video auf jeden fall ein daumen nach oben lehnt euch zurück und ich lege los ich würde sagen wir beginnen jetzt erst mal mit den vorab informationen die sehr wichtig sind die ihr euch auf jeden fall anschauen solltet so dass ihr die bild einstellung richtig übernehmen könnt zu beginn solltet ihr auf jeden fall wissen dass diese bild einstellung hier mit der firma version 1302 erstellt worden das heißt ihr müsst auf jeden fall oder solltet auf jeden fall die firma version 1302 oder höher installiert haben um diese bild einstellung hier zu übernehmen um das gleiche ergebnis zu erzielen welches ich erzielen konnte ihr könnt es vielleicht auch mit version 1211 probieren aber ich glaube nicht dass ein qn95b jetzt hier noch in deutschland existiert der im internet hängt wo version 1211 noch darauf installiert ist denn tatsächlich bei meinem qn95b habe ich ein zwangsupdate bekommen obwohl ich die automatischen updates deaktiviert habe habe ich version 1302 installiert bekommen ich hätte gerne version 1211 behalten denn die war etwas besser als 302 aber gut auf jeden fall 302 ist die basis für dieses bild einstellungs video ok beginnen wir nun mit denen was ich euch hier in diesem video erwartet und da habe ich für euch fünf kapitel im ersten kapitel das sind die grundeinstellungen da zeige ich euch wichtige eckpfeiler der generellen konfiguration des qn95b die ihr vornehmen müsst um die anderen bild einstellung dann einem vornehmen zu können also das ist ganz ganz wichtig grund einstellungen ist für alle relevant für die filmliebhaber als auch für die gamer dann kommen wir zu kapitel 2 das ist das sdr kapitel das sind also quasi alle klassischen inhalte wie zum beispiel das hd tv sd tv dvd und blu ray also alles was nichts mit hdr oder hdr 10 plus zu tun hat sondern das klassische sdr material das auf jeden fall sehr wichtig dass ihr da dementsprechend bescheid wisst dann geht es weiter in kapitel 3 die kehrseite der münze und zwar die hdr seite oder hdr 10 plus seite das ist in dem fall zusammen gemischt und da zeige ich euch dann quasi die bild einstellungen für die hdr inhalte wie zum beispiel ultra hd blu res mit hdr oder streaming dienste mit hdr oder klassisches fernsehen mit hdr bei sdr noch mal kurz ergänzt ist natürlich auch stream dienste mit gemeint wo keine hdr inhalte zur verfügung stehen bzw auf streaming diensten mit sdr halten das ist ja bei jedem stream dienst klassischerweise das dort natürlich auch inhalte existieren mit sdr qualität und hdr qualität damit haben wir in kapitel zwei und drei dann quasi die filmseite serien seite fernsehseite abgehakt und mit kapitel 4 und 5 setzen wir dann die geschichte fort mit dem gaming hier auch ähnlich natürlich einmal das hdr gaming das ist dann natürlich entsprechend für alle konsolen gedacht die mit hdr ein videosignal ausgeben können sprich xbox usx playstation 5 playstation 4 pro oder auch ein gaming pc und dann haben wir jetzt natürlich hier auf der anderen seite noch das sdr gaming das ist natürlich dann für die klassischen konsolen wie zum beispiel einer nintendo switch oder einer xbox one oder einer playstation 3 und so weiter also das sind auf jeden fall die bild einstellungen für gamer die in sdr spielen das solltet ihr jetzt auf jeden fall wissen das sind die fünf kapitel die euch hier erwarten einmal die grundeinstellungen dann die sdr inhalte dann die hdr inhalte die gaming hdr inhalte und die gaming sdr inhalte jetzt möchte ich hier auch noch mal ganz wichtig sagen dass ihr euch auf jeden fall wenn ihr euch für ein kapitel entschieden habt welches für euch zutrifft wenn ihr zum beispiel sagt ihr schaut nur hdr dann reicht für euch kapitel 3 oder schaut nur sdr dann reicht kapitel 2 oder ihr seid nur gamer dann könnt ihr kapitel 2 und 3 ignorieren und kapitel 4 und 5 euch anschauen ihr solltet euch auf jeden fall die einzelnen kapitel von vorne bis hinten anschauen auch wenn es vielleicht 20 minuten sind oder 30 minuten pro kapitel dennoch solltet ihr euch auf jeden fall diese kapitel von anfang bis ende anschauen so dass ihr einfach alle wichtigen informationen mitbekommt so dass ihr dann auch die richtigen bilderstellung vornehmen könnt gut jetzt würde ich sagen haben wir genug vorher gesammelt beginnen wir nun mit dem ersten kapitel gut dann würde ich sagen beginnen wir nun mit den grundeinstellungen den wichtigen eckpfeilern die ihr auf jeden fall alle vornehmen solltet wir beginnen im einstellungsmenü des qn95b unter verbindung diese schöne x symbol hier verbindung unter externe geräte verwaltung da gehen wir rein und als erstes können wir hier wahlweise das anneniert plus hdmi cc aktivieren damit habt ihr die möglichkeit über die samsung fernbedienung externe geräte wie in der v receiver oder ein an sich ansatz receiver und und co zu steuern das habt ihr dann die möglichkeit aber auch gleichzeitig müsst ihr dies aktivieren wenn ihr den ea rc oder arc channel nutzen wollt also den audio return channel zu eurer soundbar oder eurem soundsystem das ist ganz wichtig dies müsst ihr hier dementsprechend aktivieren so dass diese funktion überhaupt in betrieb genommen wird und gleichzeitig ihnen natürlich die möglichkeit habt euer soundsystem oder soundbar in der lautstärke über die fernbedienung zu steuern also das ist ganz wichtig in der platz sollte aktiviert sein das hat natürlich dann in einem anderen kontext natürlich die möglichkeit dass geräte sich selbst einschalten wenn ihr den fernseher einschaltet also wenn ihr zum beispiel eine playstation 5 verwendet hat das durchaus den nachteil wenn ihr im fernseher einschaltet dass die playstation 50 auch mit einschaltet obwohl ihr das gar nicht wollt dann solltet ihr bei der playstation 5 das hdmi cc deaktivieren und dann ist das thema durch gut aber als nächstes gehen wir dann in die in das erweiterte einseit eingangs signal und dort sollten wir für alle hdmi anschlüsse dass das aktivieren das ist das quasi das ultra hd hdmi deep color wenn man das so möchte das ist wichtig für den erweiterten farbraum und die einspeisung von hd einheiten das heißt das sollte auf jeden fall aktiviert werden wenn ihr da probleme habt wenn ihr das aktiviert habt ihr bildfehler dann solltet ihr einmal kurz hdmi kabel abziehen fernseher ausschalten fernseher einschalten hdmi kabel wieder rein und dann sollte das problem gelöst sein dass nur man diesem an dieser am rande an dieser stelle da durchaus bei samsung fernseher ein problem auftreten kann wenn ihr eine externe quelle angeschlossen habt der fernseher eingeschaltet ist die externe quelle eingeschaltet ist und das hier dann aktiviert wird bei der fernseher dann anderen modus umschaltet und dann kann es zu komplikationen zwischen quelle und fernseher kommen auf jeden fall das ganz wichtig dass ihr das hier dementsprechend wisst ok dann geht das weiter unter dem punkt allgemein und datenschutz das ist dieses menüpunkt mit dem schraubenschlüssel und dort werden wir jetzt unter ein aus und energie sparen da gehen wir rein und dann ist effektiv so dass wir hier alles deaktivieren helligkeitsoptimierung ist effektiven automatische helligkeitsanpassung und das hat durchaus den nachteil wenn ihr dies aktiviert dass wenn jetzt zum beispiel schnell es durchaus sein kann kam ihr habt eine möglichst schnellen lichtsänderung im raum oder sonne fällt rein dass der fernseher entsprechend dann nach regelt und das nur wenn es so einen kurzen moment ist dann kann es ziemlich störend sein und weil der fernseher auch langsam wieder nach regelt das ist ziemlich grässlich natürlich habt ihr damit dann nicht die möglichkeit hdr 10 plus adaptive zu nutzen das ist aber auch etwas was jetzt in diesem fall aus meiner sicht verschmerzbar ist dafür habt ihr dann eine konstante helligkeitsdarstellung was natürlich wesentlich angenehmer für das sehempfinden ist und vor allem in bezug auf die hdr inhalte durchaus auch vorteilhaft ist denn wenn ihr natürlich eine helligkeitsautomatische helligkeitsregelung aktiviert habt kann es durchaus zu einer minderung der hdr qualität kommen daher sollten wir das auf jeden fall deaktivieren dann geht es weiter mit der helligkeitsverringerung das ist selbstverständlich auch zu deaktivieren bzw wenn euch der fernseher zu hell sein sollte könntet ihr das aktivieren aber ich habe das hier deaktiviert das gleiche für bewegungsgesteuerte beleuchtung dies auch deaktivieren den bildschirmschoner das ist natürlich eine sache das könntet ihr aktivieren also das habe ich jetzt hier einfach mal obligatorisch deaktiviert könnt ihr aber aktivieren das ist in diesem fall keine vollkatastrophe denn wenn zu ein statisches bildinhalt da ist was natürlich bei so einem mini led tv bei weitem nicht so katastrophal sein kann in anführungsstrichen wie beim oletv wobei bei oletv ist das thema inzwischen auch relativ klein füßig geworden ist dennoch ist das eine sache was ihr hier aus eigenem interesse aktivieren könnt aber wie gesagt müsst ihr nicht automatisches energiesparen das ist eine sache ich gucke mal ob ich ein weiteres bild habe das ist auch so eine sache da passt der fernseher automatisch je nach quelle die den den energiebedarf an da könnt ihr gegebenenfalls strom sparen aber es mindert auch die bildqualität da hier vor allem bei der helligkeit deutliche vereinpassungen vorgenommen werden und dadurch kann kontrast und kurz ziemlich schnell problematisch werden was ich aber hier durchaus immer aktiviere sind die automatischen ausstatt funktionen das habe ich immer ganz gerne wenn man dann manchmal sind ja alle menschen zum beispiel abends vorm fernseher sitzen und dann läuft eine serie und dann ist man dann doch irgendwann mal weggesackt dass man hier den fernseher so einstellen kann dass er sich dann selbstständig abschaltet oder wenn man ihn gegebenenfalls einfach vergessen hat auszuschalten schaltet der fernseher sich dann nach vier stunden oder dementsprechend was ihr dort einschaltet oder einstellt ab und dann kommt aber bevor ihr den fernseher bevor er das abschaltet kommt dann noch so eine einblendung mit dem hinweis der fernseher schaltet sich in 60 sekunden ab dann könnt ihr nochmal auf ok drücken falls ihr dann quasi dabei seid und dementsprechend ist das nicht etwas was dann nach vier stunden klack geht das ding aus für den lichtschalter nein das ist natürlich mit vorwarnung also das empfehle ich hier zu aktivieren das kann durchaus in unter umständen einiges an strom sparen ok damit sind wir jetzt hier durch mit den wichtigen grundeinstellungen das samsung qn 95b und können jetzt tiefer in die bild einstellungen einsteigen so da wir jetzt nun in die grundeinstellungen vorgenommen haben können wir nun in die bild einstellung einsteigen und beginnen klassischerweise mit den sd einheiten für was das alles ist das habe ich euch oben im video eingeblendet das ist vor allem vorrangig für die wiedergabe von blu rays und dvds aber auch für sd streaming und hd streaming kann aber auch für das klassische sd tv und hd tv fernsehen übernommen werden okay wir verwenden im sdr betrieb und das ist natürlich das maß aller dinge den filmmaker mode der filmmaker mode ist eigentlich somit der einzigste bild modus der die nötige finesse bietet um überhaupt hier entsprechend die qualität zu liefern obwohl der samsung eine eigene film modus im version 302 durchaus auch eine alternative sein kann ich habe mich aber hier an den filmmaker mode gewandt da dieser von meiner erfahrung aus her auch einfach die besseren mittel bietet um mehr feine details aus dem bild heraus so also filmmaker mode ist unser anlaufspunkt für diese sd einstellung dann machen wir weiter unter einstellung der bildgröße dort lassen wir effektiv eigentlich alles soweit standardmäßig eingestellt 16 zu neuen standard und an den bildschirm anpassen bzw das over scan just scan wie es bei anderen herstellern heißt hier auf ein somit dass wir natürlich den gesamten bilderland haben ihr könnt dies aber auch deaktivieren dann habt ihr mehr die norm darstellung nach der filmmaker mode norm dabei wird das bild aber etwas aufgesucht kann durchaus etwas verschwommener wirken aber das soll er den projektor effekt erzeugen dementsprechend könnt ihr dies hier ab deaktivieren wenn ihr da bock drauf habt ich habe aber persönlich hier eher die empfehlung es zu aktivieren dann machen wir weiter mit den experten einstellungen und jetzt wird es doch sehr sehr wild hier was die einstellung angeht jetzt solltet ihr wissen bei der helligkeit habe ich mich an die filmmaker mode norm oder eine generell an die sdr norm gerichtet und habe mit meinem sensor die 100 mit helligkeit abgemessen so dass wir dann hier die sdr darstellung haben sdr inhalte sind klassischerweise nach der norm bei 100 mit helligkeit zu fahren das ist jetzt hier tatsächlich beim qn 95 b mit 8 punkten das kann durchaus für die einen oder anderen etwas zu dunkel sein das kann ich mir durchaus vorstellen wenn euch das zu dunkel ist könnt ihr hier auch auf 30 gehen dann habt ihr ungefähr dieses klassische was man so von früher noch gewohnt ist die helligkeit von sdr inhalten wenn man das halt mal nicht nach norm eingestellt hat ich empfehle aber hier für den abgedunkelten raum worauf diese bild einstellung auch optimiert sind die 8 zu verwenden da werdet ihr dann doch merken wo die sdr hatte sind dadurch irgendwie plastischer aus wichtig ist dass hier auf jeden fall an dieser stelle 8 eingestellt werden sollte wenn ihr die norm einhalten wird dann kontrast auf 32 und weiter mit der schärfe die schärfe hier auf 0 das werden jetzt wahrscheinlich einige die meine anderen bild einstellungsvideos noch nicht gesehen haben jetzt ein bisschen verwundern wieso stellt der schärfe auf 0 effektiv ist es so dass es beim modernen fernsehen so ist dass diese eine grundschärfe haben diese grundschärfe ist bei 0 anzusehen und diese grundschärfe ist das was quasi die schärfe der quelle darstellt wenn ihr jetzt hier die schärfe nach regelt dann wird da wird das bild nicht deutlich hoch auflösen oder schärfe oder bekommt er sonst noch so eine bildqualität raus nein ihr sorgt dafür dass kanten nachgezeichnet werden und das erzeugt letztendlich eine doppelkontur und vor allem bei schnellen bewegungen kann es dann zu pixel artefakten kommen vor allem bei streaming diensten daher solltet ihr effektiv die schärfe auf 0 belassen das kann für den einen oder anderen durchaus erstmal befremdlich wirken wenn ihr bei modernen tvs wenn ihr schon mal vorab einen moderneren tv der nicht älter ist als sechs acht bis sieben jahre dann kann es durchaus sein dass euch das ein bisschen unangenehm wirkt und ihr sagt das bild ist nämlich unangenehm scharf oder so ganz komisch platz blass matschig das liegt aber eher daran dass ihr daran gewöhnt gewesen seid diese doppelkonturen zu sehen das ist tatsächlich durchaus möglich wenn ihr die schärfe auf null stellt seht ihr einfach quasi das klassische quellmaterial das was von eurer signalquelle kommt und so wie es auch aussehen soll das zum thema schärfe das werde ich bei den anderen kapiteln aber auch noch mal wiederholen dann geht es weiter mit der farbe und die farbe ist ja bei dem qn95 so ein thema gewesen was ich auch im review video ein bisschen angekreidet habe wo ich gesagt habe der fernseher hat einfach nur zu hohe sättigung und diese habe ich jetzt auf 23 wieder gefunden so dass die sättigung ein bisschen raus ist die norm wäre hier tatsächlich wenn ich es richtig erinnerung habe 25 ich habe jetzt hier 23 was erstmal so wirkt so viel weniger hast du da jetzt aber nicht rausgenommen das liegt aber tatsächlich daran weil ich einen starken weiß abgleich noch ausgeführt habe um einzige farben nach zu justieren und eine homogene darstellung zu bekommen dadurch wurde der fernseher doch teilweise ziemlich blass und dann habe ich halt mit der farb darstellung nach korrigiert somit bin ich dadurch effektiv näher an die norm gekommen und das ist eine sehr feine sache wenn euch das bild dann noch ein bisschen zu blass ist könnt ihr tatsächlich auch 25 geben dann habt ihr die norm darstellung das ist auf jeden fall etwas wo ich tatsächlich sagen muss da bin ich ziemlich stolz darauf dass das ich das dann erreicht habe den fernseher in der farb darstellung auf die norm farb darstellung quasi getrimmt haben zu können das ist eine sehr schöne sache dann farbton grün oder rot ist hier natürlich auf null zu belasten sonst habt ihr zu grünliches oder zu rötliches bild dann schauen wir mal was ich als nächstes genau jetzt geht es weiter mit der bildschärfe einstellung und hier ist es effektiv so dass ich jetzt hier beim qn95b empfehle die bildschärfe zu deaktivieren aber ihr könnt auch auf auto gehen oder auch selbst einstellung vornehmen wenn ihr eine zwischenbild berechnung haben wollt wobei beim qn95b die zwischenbild berechnung laut meinem review und den ganzen test durchgeführt habe nicht sonderlich gut ist daher habe ich mich jetzt hier entschieden einfach die bildschärfe oder die zwischenbild berechnung auf auszulassen um den normalen kino look zu bekommen das sieht beim qn95b deutlich besser aus als die zwischenbild berechnung aber wenn ihr wollt könnt ihr hier auch natürlich nach eurem eigenen empfinden einstellungen vornehmen ok kurzer harter schnitt ich habe eben bei der aufnahme zwei dinge vergessen die schneide ich jetzt hier mit zwischen rein und zwar nach der bildschärfe müssen natürlich noch das local dimming oder das lokale dimming lokales dimming einstellen das hier auf hoch denn nur so haben wir dann entsprechend die anständige schwarz darstellung das sollte hier aktiviert werden das local dimming beim qn95b ist auch in ordnung dann den kontrast verbesserer oder verschlimmbesserer sollte hier auf jeden fall deaktiviert werden weil sonst verziehen wir uns zu stark die gambe kurve und bekommen eine sehr kuriose darstellung daher sollte dies auch deaktiviert werden und dann beim farbton das ist ja auch ganz wichtig normalerweise bin ich ja eigentlich einer der hier eine mittlere farbton darstellung fährt das habe ich beim qn95b so nicht gesehen tatsächlich um eine anständige farbdarstellung zu bekommen und dann vor allem einen weißabgleich der gleich kommt vornehmen zu können sollte dies hier auf warm zwei gestellt werden so dass wir dann auch entsprechend die norm darstellung der 6500 kelvin gemäß der d65 norm einhalten daher farbton sind hier für diese bild einstellungen ganz wichtig auf farm zwei zu stellen ok weiter geht's machen wir nun weiter mit dem weiß abgleich und jetzt wird es interessant der weiß abgleich lässt sich im sdr betrieb im filmmaker mode unter 20 punkte einstellen was sehr schön ist im hdr betrieb mal wieder nicht wie beim s95b aber im sdr betrieb und somit können wir hier eine sehr genaue farb kalibrierung durchführen und diese habe ich durchgeführt so jetzt müsst ihr aber erst eine sache wissen also es ist durchaus möglich dass diese kalibrierung die ich an meinem qn95b durchgeführt habe bei euren qn95b ein zwei abweichungen haben kann das ist durchaus möglich da die fernseher oder die panel meine kleine fabrikatsunterschiede haben können generell ist es aber so dass diese kalibrierung auch auf andere qn95b angepasst werden oder angewandt werden kann und um das zu nutzen aktivieren wir jetzt hier die 20 punkte einstellung und beginnen jetzt hier im intervall die einzelnen fünf prozent schritte durchzugehen ich habe aber hier eine kalibrierung nur in den 10er bereichen durchgeführt 10 20 30 40 50 und so weiter und wenn dann nur in den firma schritten einiges nach kalibriert falls mir das nicht gefallen hat also beginnen wir mit den fünf prozent und hier habe ich effektiv alles auf standard belassen dann geht es weiter mit den zehn prozent und hier habe ich das rot ein bisschen raus genommen dann habe ich das grün bis nachgezogen und das blau wieder rausgenommen dadurch haben wir eine sehr schöne neutrale farbdarstellung im zehn prozent grau bereich das ist ganz ganz wichtig vor allem das rot dieser rot stich dass der hier rauskommt dann im 15 prozent intervall dann wieder alles auf null und dann im 20 prozent bereich wieder das rot rausgenommen da wir hier diesen rot stich drin hatten der raus muss dann das grün bis nachjustiert so dass dann halt entsprechend das rot noch weiter rausgenommen wird und das blau wieder ein bisschen rausgenommen dadurch sind wir dann tatsächlich auf einer klar geraden linie gekommen alle farben gleich gesättigt da sieht man hier schon deutlich dass der fernseher vor allem rot bereich stark übersättigt war dann wieder im 25 intervall schritt auf alles auf null und dann im 30 prozent schritt haben jetzt hier wieder das rot um sechs punkte herausgenommen dann das grün wieder nachjustiert mit vier punkten dazu und da war es tatsächlich so dass das blau stark abgesunken ist falls sich das rot rausgenommen habe das war ein ziemlich kurioses verhalten und habe dann hier das blau mit sieben punkten nachgezogen und schon hatte ich den qn 95 auch im 30 prozent intervall auf eine homogene darstellung weiter geht es bei 35 hier wieder alles auf null dann bei 40 auch wieder ähnliches verhalten wieder das rot rausgenommen diesmal sieben punkte grün so belassen und das blaue nachjustiert da dies wieder abgesagt ist dementsprechend haben wir auch dann hier aber fühlt sich wieder eine homogene darstellung dann bei 45 alles wieder auf null belassen und dann bei 50 habe ich hier das rot wieder rausgenommen minus fünf dann das grün nachjustiert und das absinkende blau mit sechs punkten auch wieder hochgezogen also ihr seht es immer ungefähr das gleiche aber nicht bei einzelnen grau schritten immer die gleiche einstellung sondern man muss das entsprechend mit dem sensor nachjustieren also das ist alles mit dem sensor gemacht das kann man mit menschlichen auge nicht so ausmachen dann bei 55 prozent wieder alles auf null und dann in 60 prozent schritt da sehen wir schon jetzt wird der fernseher ein bisschen heller dann wird das rot ein bisschen homogener damals hier das rot auf minus 1 dann grün und blau mussten wir hier stark nachziehen so dass wir dann eine gerade darstellung haben dann 65 wieder auf 0 und die 70 hier wieder das rot rausgenommen dann das grün wieder ein bisschen nachgezogen mit 4 und blau mussten wir hier wieder mussten hier an dieser stelle tatsächlich nur ein wenig nachziehen dann 75 wieder auf 0 und dann haben wir jetzt hier bei der 80 da hat sich das rot ein bisschen zu krass verhalten habe ich das dann ein bisschen raus genommen grün wieder ein bisschen nachgezogen da dies dann auch immer runter gefallen ist ähnlich wie das blau also rot rausgenommen dann wurde das grün auch ganz komisch das ist immer ganz ziemlich interessant wie der qn 95 bis sich hier verhalten hat auf jeden fall hat man damit mit dieser einstellung mit blau 0 dann entsprechend eine neutrale darstellung dann 85 wieder auf null und dann bei 90 da wurde es ziemlich interessant da hat der fernseher dann auf einmal ganz starken abfall gehabt vor allem beziehungsweise nicht abfall sondern an anstieg des rots das war es denn jetzt kommen wir langsam in diese mess in diesem messbereich wo der fernseher dann klassischerweise gemessen gemessen wird von tv und tv testern und hier war es dann entsprechend so dass dieser fernseher dann eine ganz andere darstellung geliefert hat wodurch dann auf einmal das blau rausnehmen musste und das rot dann noch stärker rausnehmen musste und das grün nachziehen musste war ziemlich kurios dadurch haben wir dann entsprechend aber hier eine neutrale farbtisch bekommen also im rot auf minus 9 grünen auf plus 2 und blau auf minus 3 dann 95 wieder auf 0 und 100 prozent haben wir dann hier rot noch ein bisschen rausgenommen mit minus 4 dann grün plus 6 und das blau auf 0 belassen das wären dann jetzt so die weißabgleich einstellung für die 20 punkte schritte diese einstellungen sind aber dann nur so vorzunehmen wenn ihr kontrast schärfe und farbe so einstellt wie ich es eben gezeigt habe okay dann machen wir nun weiter mit den gamma darstellung hier gehen wir natürlich auf die norm bt 18 86 bt 18 86 bt 18 86 in der gamma kurve aber neutral belassen auf 0 dementsprechend können wir das so lassen aber bt 18 86 ist hier die norm und sollte beim coolen für uns wie auch eingestellt werden ich glaube aber auch dass er hier nichts anderes zulässt wenn ich das richtig in erinnerung kam dann schatten durchzeichnung so dass verdienen hier black darstellung ein bisschen nach korrigieren können habe ich hier mit zwei punkten nachgezogen farbraumeinstellungen bitte auf auto belasten so dass wir hier den bt 709 oder bt 601 farbraum richtig ansprechen das ist ganz wichtig hier sollte nichts anderes eingestellt werden ansonsten verziehen wir uns sämtlich andere darstellungen also bis zum einstellungen normalerweise bin ich hier eigentlich durchaus ein mensch der hier im farbraumeinstellung was vornimmt das ist ja immer sträflich hier beim qn95b habe ich mich aber dazu entschieden nichts vorzunehmen ja damit wo sind wir durch mit den sdr bild einstellungen so nach sdr kommt nun hdr wenn ihr ein hdr bild einstellen wollt muss dem fernseher selbstverständlich natürlich auch ein hdr signal zugeführt werden für was diese bild einstellen genau sind habe ich euch aber wieder oben eingeblendet vorrangig sind diese bild einstellen aber für die ultra hd blu-ray mit hd-inhalten als auch für die stream dienste mit hdr enthalten ihr könnt diese aber auch auf das klassische fernsehen mit hdr anwenden wir verwenden hier wieder und was soll es anderes sein den filmmaker mode tatsächlich im hdr betrieb habe ich bei den anderen bild modis gar kein land gesehen und den filmmaker mode stellen wie folgt ein unter einstellung der bildgröße verwenden wir hier natürlich wieder die standard einstellung also 16 zu 9 auf standard und an dem bildschirm anpassen auf ein ihr könnt an dem bildschirm anpassen auch deaktivieren dann bekommt ihr eher die filmmaker mode norm darstellung dadurch wird das bild aber etwas aufgesucht und könnte ein bisschen verwaschen wirken bekommt ihr aber dann tatsächlich eher die korrektere darstellung des der filmmaker mode norm kann aber für den einen oder anderen ziemlich verwaschen wirken und es gibt etwas bildinhalt verloren also ich empfehle hier eher klassischerweise die das jazz gehen oder beziehungsweise an dem bildschirm anpassen zu aktivieren dann geht es weiter unter den experten einstellungen unter helligkeit da habe ich hier effektiv müssen wir hier selbstverständlich die norm einheiten und dann müssen wir hier die helligkeit auf volle pulle drehen also das ist beim qn95b sonst auch wirklich eine straftat wenn wir das hier nicht nutzen bei seiner hohen hdr spitzenhelligkeit sollten wir diese natürlich auch nutzen und dementsprechend helligkeit auf 50 norm technisch im hdr betrieb ist kontrast hier auch auf 50 setzen alles andere macht gar keinen sinn und da die da der qn95b ja auch ein local dimming verwendet ein direct dimming wenn man so möchte dann ist das hier auf jeden fall zu verwenden denn so bekommen wir ein satte schwarz und ein sattes weiß und dementsprechend guten unterschied zwischen hell und dunkel das ist im hdr betrieb ja auch der sinn dahinter dann machen wir mit weiter mit der schärfe einstellung und die schärfe einstellung habe ich hier auf null gesetzt das wird jetzt wahrscheinlich die einen oder anderen nicht verwundern die meine anderen bild einstellungsvideos kennen und die anderen kann sagen kann sein dass sie sagen warum das denn auf null dann ist das bild doch total verwaschen falsch natürlich ist das bild hier an dieser stelle nicht verwaschen wir haben da bei dem modernen tv sei es jetzt qled oder oled wie auch immer eine grundschärfe die fernseher fahren bei einer null einstellung der schärfe die klassische schärfe der der quelle also die quelle hat ja eine grundschärfe und die fernseher können diese jetzt darstellen und dementsprechend müssen wir die schärfe auf null setzen wieso kann man hier was einstellen das ist für mich ein rätsel aus meiner sicht sollte man diese funktion eigentlich generell rausstreichen aber wenn ihr jetzt hier was einstellt dann kommt es dazu dass ihr die konturen nachzeichnet das kann sein dass ihr euch daran gewöhnt habt diese nachzeichnung der konturen erzeugt dann letztendlich in doppelkonturen und diese sind ziemlich hässlich aus vor allem bei schnellen bewegung wenn ihr dann im streaming dienst zum beispiel seid mit starken kompressionen kann es durchaus sein dass kompressions artefakte nachgezeichnet werden und dann habt ihr hässliche pixel artefakte das solltet ihr auf jeden fall hier mit dieser einstellung vermeiden es kann durchaus sein wenn ihr früher bei eurem fernseher eine schärfe einstellung verwendet hat welcher schon diese grundschärfe liefert dann kann es sein dass ihr euch an diese doppelkonturen gewöhnt habt und das bild erst mal etwas ungewohnt wirkt dies solltet ihr euch erst mal an sich ein bisschen genehmigen euch da ein bisschen darauf einlassen und dann werdet ihr einfach feststellen das bild auf schärfe nur sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus und ist wesentlich angenehmer daher empfehle ich euch hier schärfe 0 erst mal auszuprobieren bevor ihr sagt man das bild ist total unscharf denn wenn man bild einstellung vornimmt und dann das bild als erstes mal sieht dann ist das erst mal eine momentaufnahme quasi und ihr müsst euch da erstmal ein bisschen darauf einlassen und quasi daran gewöhnen dann geht es jetzt weiter mit den farbeeinstellungen und hier habe ich den farbwert die farbeinstellung auf 21 gewählt auf 25 war mir zu stark gesättigt hier bin ich im sprechend auf 21 runter gegangen normalerweise wollte ich eigentlich hier eher ein ziel unter 20 erreichen weil dann hat mir der qn95 b tatsächlich tatsächlich doch eine zu blasse darstellung geliefert 21 habe ich hier als in ordnung empfunden dann machen wir weiter mit den bildschärfe einstellungen und auch hier genauso über str empfehle ich die einstellung zu deaktivieren das hat einfach den grund dass da der qn500 b effektiv keine gute zwischenbild berechnung hat die ist ziemlich gruselig ihr könnt diese natürlich verwenden dann könnt ihr hier einstellungen vornehmen ich empfehle auf aus dann bekommt ihr aber auch die filmmaker mode norm darstellung mit dem 24p log dann machen wir weiter mit dem lokalen demming oder lokales demming dementsprechend hier auf hoch das ist vor allem hdr betrieb sehr wichtig da der fernseher dann die hdr highlights es wundert euch nicht dass es jetzt hier so dunkel ist das liegt an der kamera da das usd so helles konnte ich da keinen entsprechenden guten kontrast mehr aufbauen und ich dachte dass usd ab ist in diesem fall etwas wichtiger auf jeden fall bekommt ihr wenn das lokal demming auf hoch eingestellt ist dann die hdr highlights die richtig hell wirken sollen auch richtig gut angezeigt und das ist ja auch eine der stärken der kunden school in 95b dann den kontrast verschlimm besserer den sollten wir auf jeden fall deaktivieren vor allem hdr betrieb ob das gar nichts zu suchen da wir sonst keine korrekte darstellung der gamma darstellung haben also das weiß der weiß darstellung und kontrast zum schwarz das sollte hier auf jeden fall deaktiviert werden dann der farbton hier auf warm zwei normalerweise bin ich ja eigentlich ein verfechter der neutralen farbdarstellung also eine mischung aus kalt und warm das habe ich beim coolen 95b tatsächlich so nicht gesehen dann haben kriege ich kein anständiges bild in den fernseher rein was die farbdarstellung und die weiß darstellung angeht zu bläulich dementsprechend habe ich mich hier entschieden den tatsächlichen warum zwei zu fahren das hat mir ehrlich gesagt auch am besten gefallen kurz nach noch zum film modus das kann durchaus quellenabhängig sein dass dieser hier ausgegraut ist oder nicht wenn dieser nicht ausgegraut ist bitte aktivieren wenn ihr den absoluten kinolog haben wird gut wenn wir das dann alles soweit eingestellt haben können wir nun weitermachen mit den weiß abgleich der weiß abgleich lässt sich beim coolen 95 genauso wie im s 95b nicht im hdr betrieb unter 20 punkte einstellen ich weiß nicht woran das liegt das habe ich bei mir hier tatsächlich nicht nachmessen können mein sensor hat gesagt ob du da nun was einstellt oder nicht das interessiert hier nicht da ist nichts verändert sich nichts am bild und auch meine augen wenn ich da mal zu krass rot reingezogen habe oder zu krasses blau ich habe nichts erkannt also effektiv der weiß abgleich mit 20 punkte funktioniert beim coolen 95b hdr betrieb nicht warum auch immer auf jeden fall aber der zwei punkte und da habe ich dann natürlich ein bisschen was nach korrigiert und zwar habe ich jetzt hier unter den gain einstellung also das sind die hellen farbbereiche einige anpassungen vorgenommen mal der betrieb habe ich das rot hier tatsächlich etwas angezogen das hat aber damit zu tun dass ich hier tatsächlich weil da das blau und grün hier tatsächlich ein bisschen schwach war musste ich hier tatsächlich wenn ich das grün anheben wollte das rot auch anheben weil sonst hat sich das wieder verzogen ganz kurioses verhalten dementsprechend musste ich das rot hier anheben die anderen fahren entsprechend ein bisschen anheben und ein bisschen rausnehmen um den rotstich rauszubekommen ganz kurios also das ist wahnsinn was was ich hier erlebt habe auf jeden fall rot auf fünf grün auf eins und blau auf minus zwei die offsets das ist eher was für den dunklen bildbereich habe ich jetzt hier auf standard belassen da der qn 95b das eigentlich soweit ganz gut macht und das menschliche auge im dunklen bildbereichen farbunterschiede sowieso nicht so genau wahrnehmen kann da habe ich mich dann hier eher für die standard einstellung entschieden okay machen wir nun weiter mit den letzten bereichen und zwar mit den gamma einstellungen gamma ist hier auf st 20 84 einzustellen was auch so korrekt ist ich glaube aber auch dass der qn 95 wenn ich es richtig in erinnerung habe ich hier auch keine andere einstellung zulässt und das auch in ordnung so die gamma kurve habe ich hier neutral belassen auf null also habe entsprechend den st 20 84 bereich nicht korrigiert gut so dann geht es weiter mit der schattendurchzeichnung der qn 95b hat ja eine recht gruselige near black darstellung die habe ich ein bisschen nachkorrigiert mit der schattendurchzeichnung darf nicht etwas näher an den qr an den s 95 rangekommen der eine bessere near black darstellung hat und dadurch habe ich hier mich auf bei 1 wieder gesehen die farbraumeinstellung da bin ich ja normalerweise auch eher so mensch so dafür der da durchaus mal ein bisschen daran rum schraubt nicht beim coolen 95b nicht wenn ich die weiß abgleicheinstellung so einstelle und nicht wenn ich den farbton so verwende also dem waren zwei ton denn sonst wird das bild zu stark gesättigt und der qn 95b hat ja sowieso ein stark gesättigtes bild dementsprechend habe ich mich hierzu entschieden natürlich die autoeinstellung zu verwenden die normeinstellung die korrekte einstellung so dass wir dann die bt 2020 farbraum auch richtig ansprechen intelligente kalibrierung bitte ignorieren das hat hier sonst verzieht euch das bild wieder wenn ihr das mit einem face id smartphone entsprechend versucht das empfehle ich hier sowohl im sdr als auch im hdr betrieb nicht ja das sind dann meine einstellungen für den hdr betrieb so damit haben wir nun den filmbereich abgehakt effektiv haben jetzt alles für serien filme und tv hinter uns nun machen wir weiter mit dem gaming mit dem hdr gaming explizit bevor wir damit einsteigen sollten wir erstmal unter dem menüpunkt verbindung einstellungen des spielemodus einige dinge vornehmen und zwar beginnen wir jetzt hier mit dem einstellungen des spielemodus auf automatik effektiv ist dass der auto low latency mode des allm welches hier aktiviert wird so dass der fernseher wenn eine konsole angeschlossen ist die den auto low latency mode unterstützt entsprechend automatisch in den absoluten gaming modus wechselt das ist beim qn 95b auch wirklich wichtig das sollte hier auf automatik gestellt werden sollte es zu dem umstand kommen und das kann durchaus passieren wenn euer fernseher oder der qn 95b nicht automatisch in den spielemodus wechselt wenn ihr eine konsole angeschlossen habt das kann auch vor allem beim gaming pc mal passieren oder bei einer älteren konsole dann solltet ihr hier den spielemodus manuell auf einsetzen denn nur so bekommt ihr dann den korrekte input lag darstellung also der input lag ist dann entsprechend gering ansonsten habt ihr wirklich eine starke eingabeverzögerung und die alles andere als fein fürs gaming ist also klassischerweise empfehle ich das hier auf auto zu stellen aber wenn ihr das feststellt dass der fernseher nicht automatischen spielemodus wechselt solltet ihr das auf einsetzen dann machen wir weiter mit den surround sound einstellungen und das ist etwas wenn ihr wirklich hartgesotten seid und die internen lautsprecher des qn 95b verwendet dann könnt ihr dies hier aktivieren obwohl ich generell wirklich sage ich empfehle grundsätzlich nicht die internen lautsprecher zu verwenden ich habe schon von vielen gehört dass diese unglaublich am brummen und am surren sind und dass die rückwand des fernsehers stark mit vibriert das habe ich bei mir tatsächlich auch gehabt und daher ist das hier eine sache das solltet ihr also wenn ihr das wirklich verwendet könnt ihr dies aktivieren effektiv empfehle ich euch aber grundsätzlich ein externes soundsystem zu verwenden oder eine günstige soundbar die wird definitiven besseren sound liefern dann dynamischer schwarz equalizer das ist eine sache womit ihr dass die gamma das schon etwas anpassen könnt beim qn 95b ist dies aber nicht erforderlich da wenn eine vr anliegt du dieses vr gamma flimmern oder das vr gamma problem generell nicht zu sehen ist da der fernseher generell eine zu schlechte near black darstellung hat daher könnt ihr dies bitte effektiv ignorieren und auf null belassen ja und dann machen wir noch weiter unter h der dynamik kompression und das ist effektiv das hgg hier könnt ihr unter hdr für spiel das hgg aktivieren solltet ihr auch wenn ihr die korrekte darstellung haben wollt damit bekommt ihr auch vielfach nochmal deutlich knackigeres und helleres bild am anfang kann das durchaus mal so wirken das bild ist jetzt aber dunkel geworden lasst euch darauf ein ihr werdet feststellen das ist doch eine deutlich bessere darstellung okay wenn man das dann alles so eingestellt haben und der fernseher erkennt einen auto ladies mode von der konsole aus dann wird dies hier so ausgegraut sein das ist korrekt so oder wenn der spiele modus auf eingestellt ist dann ist dies auch ausgegraut das muss ausgegraut sein wenn ihr es richtig eingestellt habt dann ist der fernseher auf jeden fall absoluten gaming mode dann können wir jetzt unter einstellung der bildgröße folgende einstellung vornehmen effektiv immer das gleiche 16 zu 9 auf standard und die an dem bildschirm anpassen auf ein das ist im gaming betrieb auf jeden fall muss das muss aktiviert werden sonst verliert er wirklich ziemlich viel inhalt dann kann es sein dass zum beispiel als spieleinblendungen usds außerhalb des bildes sind also abgeschnitten werden das wollen wir damit vermeiden also bitch an dem bildschirm anpassen definitiv aktivieren dann machen wir weiter mit den experten einstellungen und hier da wir im hdr betrieb ja gerade sind ganz wichtig ihr müssten hdr game also es muss dass die konsole oder der gaming pc muss ein hdr signal ausgeben setzen wir die helligkeit auf 50 maximum so dass wir die maximale spitzenhelligkeit bekommen korrekt so dann das alles andere ist hier falsch dann zerstört euch nur die hdr darstellung gleiche gilt auch für den kontrast hdr definiert ja einen klaren unterschied zwischen hell und dunkel das ist vor allem bei olid tv ist ja essentiell aber auch beim mini led tv ist das durchaus eine relevanz und daher müssen wir hier den kontrast definitiv auf volle pulle setzen so dass der fernseher klar unterscheiden kann zwischen hell und dunkel und das ist ganz ganz wichtig so jetzt machen wir weiter mit der schärfe die schärfeeinstellung ist eine sache die normalerweise auf null gesetzt werden muss von der norm her und fast die grundschärfe da geht das habe ich am film betrieb ja auch ganz explizit darauf geritten und gepocht dass das auf jeden fall auf null gesetzt werden muss korrekt so sollte im gaming betrieb eigentlich auch so gemacht werden aber tatsächlich habe ich beim qn 95 im gaming betrieb das problem gehabt dass es mir zu verwaschen ist und dass ich hier irgendwie das problem bei irgendwas fehlt dann habe ich nach langem hin und her mich dann zu entschieden die schärfe auf fünf zu setzen also ganz langsam an zu anzuheben und dann habe ich tatsächlich dieses problem mit beseitigen können ihr könnt es mal ausprobieren norm korrekt wäre hier null probiert einfach mal aus wie euch die null gefällt oder wie die fünf gefällt euch gefällt probiert es einfach mal aus ich überlasse das euch jetzt hier aber höher als fünf empfehle ich definitiv nicht weil sonst entstehen definitiv hier doppelkonturen und das ist auf jeden fall zu vermeiden vor allem gaming betrieb sieht das ziemlich gruselig aus dann machen wir weiter mit der farbdarstellung und im gaming betrieb war der qn 95 sehr vorne damit dabei also volle pulle farben das kann durchaus im gaming gefallen mir persönlich aber jetzt nicht so ich empfehle euch auch einfach mal zu sagen okay wir gehen mal auf 20 runter und probiert es einfach mal wenn ihr zum beispiel ein spiel habt wie ori oder zum beispiel auch horizon forbidden west probiert es einfach mal aus das sind jetzt zwei farbintensive spiele probiert mal aus die farbe hier auf 20 zu setzen und lasst euch mal drauf ein und ihr werdet feststellen irgendwie wirkt das bild realistischer als wenn ich hier die farbe auf 30 setzte oder 25 so wie es glaube ich seitens des qn 95 eingestellt ist kann auch glaube ich sogar 35 gewesen sein also total übersättigt das hier empfehle ich euch mal auf 20 zu setzen okay dann machen wir jetzt weiter hier mit lokales dimming dies hier auf hoch einstellen dann das ist alles andere macht im hdr betrieb auch kein sinn weil sonst haben wir wirklich das problem dass helle inhalte nicht so stark rüber kommen und das ist ja der sinn von hdr dass helle bereiche stark leuchten dunkle bereiche möglichst dunkel sind das ist beim mini led oder an sich ql tv ja immer ein bisschen kompliziert die hintergrundbeleuchtung ja nicht so fein ist aber beim qn 95 ist das durchaus möglich das lokale dimming sollte hier auf hoch gesetzt werden so dass er wirklich klar und sauber das ansteuert kontrast verschlimmbesserer definitiv deaktivieren damit verziehen wir uns nur die kontrast darstellung vor allem zwischen weiß und schwarz und das verwischt dann so ein bisschen das ist im hdr betrieb sowieso komplett sträflich sollte deaktiviert werden und vor allem erhöht das nur den im projekten modus korrekterweise ausgeblendet warum der hier überhaupt mit eingeblendet ist es für mich irritierend dann machen wir weiter mit dem farbton und dieser ist standardmäßig nach der norm im gaming betrieb hier auf standard zu setzen nicht auf waren zwei waren zwar ist nur was für die filme gaming hier auf standard weiß abgleich auch standardmäßig belassen das habe ich jetzt hier in dieser stelle nicht korrigiert habe ich nicht für sinnig gesehen war in ordnung so den gamme bereich hier st 20 84 ist auch wieder korrekt da wir hier im hdr betrieb sind und dementsprechend sollte das so eingestellt werden aber der qn 95b lässt da glaube ich auch keine andere anstellung zu und das ist auch richtig so und dementsprechend hier ist die 20 84 gamma bereich auf 0 neutral belassen da braucht man keine anpassung vornehmen und zum schluss habe jetzt hier noch die schatten durchzeichnung das habe ich jetzt hier auf 1 gesetzt das ist das gleiche wie auch bei dem film betrieb so dass wir hier eine etwas gegensteuerung des den ihr bleibt schlechten die black darstellung haben das sollte hier auf jeden fall auf 1 gestellt werden dann geht es weiter mit dem farbraum einstellungen so jetzt sind wir hier an einem punkt wo ich wirklich am strugeln war wo ich wirklich nicht 100% sicher war in welche richtung ich mich jetzt bewege die farb darstellung des coolen 95b ist ja sehr farb gesättigt und dadurch habe ich mich ja hier bei den farbeinstellungen auf 21 wiedergefunden wenn ich aber den farbraum automatisch ansprechen lasse dann fand ich das bild doch wieder ein bisschen zu blass ich habe den farbraum dann hier auf nativ gestellt wodurch der fernseher dann ein ich sag mal den farbraum nicht korrekt anspricht aber eine etwas ich sag mal ich will nicht gesagt gesättigte farb darstellung aber eine etwas bessere farb darstellung liefert dass die farben etwas natürlicher und besser wirken als wenn ich es auf automatisch setze das aber nur in kombination mit der farbeinstellung 21 das ist sehr kurios habe ich mich jetzt hier an dieser stelle aber so wieder gefunden so dass wir hier wirklich eine gute farb darstellung bekommen ihr könnt es ja mal ausprobieren ich persönlich finde es auf jeden fall sehr angenehm okay nun haben wir den hdr gaming bereich abgehakt machen wir weiter mit dem letzten kapitel dem sdr gaming so jetzt ist hier ganz wichtig das zeige ich im sdr kapitel nicht mehr die einstellung unter verbindung einstellungen des spiele modus da müsst ihr die gleichen einstellungen vornehmen wie ich es jetzt auch beim hd gaming vorgenommen habe also wenn ihr die einstellungen braucht geht kurz ins hd gaming kapitel die ersten paar minuten dort zeige ich dass das müsste entsprechend vornehmen wenn ihr das richtig eingestellt habt dann habt ihr den spielmodus hier ausgegraut das ist ganz wichtig entweder auf auto oder auf einen des spiele modus denn das ist ganz wichtig dass im gaming betrieb wirklich der spielmodus verwendet wird nur hat damit habt ihr die korrekte darstellung und auch die korrekte eingabeverziehung für was diese sdr gaming einstellungen sind habe ich euch aber oben wieder in eingeblendet beginnen wir mit den einstellungen der bildgröße und das ist auch hier wieder standardmäßig 16 zu 9 standard unter bildformat und anpassen des des bildschirmrandes oder an dem bildschirm anpassen sollte hier aktiviert werden das ist im gaming betrieb sehr wichtig ansonsten kann es sein dass spieleinblendungen außerhalb des bildes sind da der fernseher das etwas aufsucht daher solltet ihr das auf jeden fall aktivieren dann machen wir weiter mit den experten einstellungen und mit folgenden einstellungen so normalerweise wäre es jetzt so im sdr gamingbetrieb müsste hier eigentlich auch die norm einhalten also die 100 mit norm das wären hier unter helligkeit acht punkte da habe ich mich beim gaming nicht gesehen das war mir zu dunkel was beim film schon schick war war beim gaming da ist sämtliche brillanz verloren gegangen dementsprechend habe ich mich hier ganz schnell dazu entschieden die norm zu verlassen und habe die helligkeit hier auf 20 gesetzt damit habe ich mich im sdr betrieb auf jeden fall deutlich besser gefühlt und es war wesentlich angenehmer dann machen wir weiter mit kontrast auf 35 das ist in ordnung so dann unter schärfe so jetzt habe ich hier obligatorisch null gewählt ich habe ein paar der betrieb ja fünf vorgegeben oder null wie es wollt habe ich jetzt hier einfach mal die null abfotografiert sage aber auch das gleiche dass ihr hier wenn euch das bild im gamingbetrieb zu verwaschen wirkt was bei mir tatsächlich der fall war durchaus auch die schärfe auf fünf setzen könnt aber nicht höher sonst habt ihr wirklich starke doppelkonturen das solltet ihr vermeiden also schärfe hier maximal auf 50 wäre hier die korrekte einstellung damit habt ihr die grundschärfe die korrekte schärfe seitens der quelle so dann machen wir weiter mit den farbeinstellungen farbe habe ich im sdr betrieb hier auf 20 gesetzt ansonsten fand ich die farbdarstellung zu unnatürlich das wirkte alles so stark weil ich will nicht sagen neonfarben aber sehr sehr kräftig das habe ich als sehr störend empfunden probiert hier mal 20 aus und spielt mal ein bisschen damit und ihr werdet feststellen die farben wirken irgendwie deutlich natürlicher und angenehmer als wenn ihr die farbdarstellung zu krass überzieht sowie samsung das hier leider gerne immer möchte farbton hier wieder auf 0 dann geht es weiter mit dem lokalen dimming oder das lokale dimming hier auf hoch eingestellt das ist auch beim sdr betrieb auf jeden fall wichtig so dass wir eine gute darstellung von hellen bildbereichen haben dass die helligkeit gut rüberkommt das ist äußerst wichtig der kontrast verschlimm besserer sollte hier auf jeden fall auch deaktiviert werden weil sonst verzieht ihr euch nur die gamma darstellung und das bild kann unter umständen in den falschen situationen sehr blass verwaschen sehr gräulich wirken das wollen wir vermeiden dementsprechend kontrast verschlimm besserer so wie ich ihn gerne nenne deaktivieren warum der film modus hier angezeigt wird im spielmodus ist für mich ein unding verstehe ich nicht warum das überhaupt hier eingeblendet wird das kann man auch vermeiden da der ja gar keinen sinn hat im gaming betrieb dann farbton farbton ist hier ganz wichtig auch auf standard zu setzen gaming inhalte haben eine neutrale farb darstellung darauf sind die optimiert eine zu warme darstellung ist was für die filme das auch korrekt so aber beim gaming bitte hier das auf standard belassen dann weiß abgleich habe ich hier in diesem fall nicht konfiguriert das ist kann keinen sinn gesehen habe den gamma bereich ist aber hier wiederum sehr wichtig das muss auf bt 1886 stehen sollte aber standardmäßig auch so eingestellt sein ich meine auch der coolen 95b lässt hier keine einstellung zu dementsprechend bt 1886 gamma bereich habe ich aber auch auf null belassen also auf der standard darstellung da der qn 95b hier durchaus eine korrekte darstellung geliefert hat ja und dann zum abschluss haben wir jetzt hier noch die zwei einstellungen schatten durchzeichnung die habe ich jetzt hier im sdr betrieb tatsächlich auf zwei angehoben um die nir black darstellung etwas zu optimieren was durchaus erfolgreich war wodurch wir dann durchaus an die nir black darstellung des s 95b angekommen sind dementsprechend empfehle ich hier die schatten durchzeichnung auf zwei und dann zum schluss der fab die farbraumeinstellung beim farbraum bei der farbraumeinstellung wäre eigentlich korrekt auto so dass wir dann entsprechend den richtigen farbraum ansprechen so jetzt ist es halt so wenn ich jetzt die farbe auf 20 setze und den farbraum auf auto dann wird das bild wiederum sehr stark blass in den farben wenn ich den farbraum aber auf nativ setzte dann push die werden die farben wieder ein bisschen gepusht aber sie wirken nicht so stark übersättigt durch die farbe einstellung 20 also das in kombination farbraumeinstellung auf nativ und farbe auf 20 habe ich dann die farb darstellung getroffen die ehrlich gesagt in die richtung der korrekten darstellung kommt was die sättigung angeht dementsprechend probiert diese einstellung aus das kann durchaus eine offenbarung sein was die farbqualität des qn 95b angeht ja und damit sind wir am ende dieses videos angekommen in diesem video habe ich euch meine persönlichen bild einstellungen für den qn 95b präsentiert eine mischung aus meinem persönlichen seelen finden eine mischung aus filmmaker mode einstellungen und spiele norm einstellungen und der sensor kalibrierung wie gesagt ihr könnt die bild einstellung für euch übernehmen ausprobieren lohnt sich auf jeden fall wenn sie euch nicht gefallen ist dies kein beinbruch ja wenn euch das video gefallen hat dann gibt dem video auf jeden fall ein daumen nach oben wenn ihr zukommt solche spannenden tv videos hier auf meinem kanal nicht verpassen wollt dann solltet ihr das kostenlose abonnieren meines kanals nicht vergessen sowie das aktivieren der glocke ansonsten würde ich sagen ich wünsche euch jetzt viel spaß beim einstellen und wir hören und sehen uns im nächsten video wieder macht es gut